Danke, dass Sie mit Ranger 2-1 fliegen. Ich bin heute Ihr Flugbegleiter. Deshalb steige ich als Erster ein und als Erster aus. Wir servieren eine Auswahl der Liesner 556er. Anschließend folgt das Hauptgericht. Gegrillte Taliban. Wir hoffen, Sie mögen exotische Kost. Hernandez, lassen Sie den großen Hund bellen. Ja, wuff, wuff, wuff. Oh, schöne Scheiße. Das kenne ich schon. Taliban, tauschen wir. Bagram, Golddecker 1 zum Anflug auf LZ-4. Golddecker 1, landeerlaubnis. Höhe 299, leiten Landung ein. 5 Sekunden. Lacken beginnt an die Arbeit. Auf Rutschein. Los, los, los. Bagram, los, los. Adams, Adams, hierher. Was haben Sie? Was haben Sie? Ja, ich habe hier keinen Team. Es ist alles klar. Bagram, Golddecker 1. Kunden sind vor Ort. Okay. Ich will drei Teams. 30 Meter Abstand. Unser Ziel ist Kampfpositionen. Ginger. Passt auf, wen ihr tötet. Wir schießen ausschließlich auf Kompertanten. Fuhr! Was zum Teufel? Was zum Teufel? An die Team! Adams, hier lang. Kommen Sie! Ich habe ihn. Los, los! Paterson, Sie haben es geschafft. Die Taliban machen uns zu schaffen. Ziemlich scheiße gelaufen. Sie wollten an die Front. Hier ist sie. Wie geht's weiter, Sarge? Das erste Platon wurde aufgerieben. Ihr seid jetzt Bravo One. Roger. Wir rücken auf den Hügel davor und sehen uns mal um. Hier flankiert sie. Wo ist die E-Tag? Genau hier. Okay, Ibarra. Sie begleiten die Jungs hier. Roger. Seht zu, dass ihr Höhe gewinnt. Macht euch ein Bild von der Lage und erledigt diese Arschlöcher aus der Luft. Verstanden. Verlieren wir keine Zeit mehr. Huah! Gehen wir! Ja!